Ich bin gerade dabei den Balken umzufärben mit einer speziellen Farbe. Und zwar ist das ja hier drin Stoff und diese Ecken die bestehen aus Leder und jetzt der Balk der war grau für das Projekt wo ich gerade mache und es sollte eigentlich schwarz sein als Untergrund. Und darum färbe ich jetzt erstmal die Ecken schwarz. Ich drücke die einfach mit dem Finger, muss man schon ein bisschen drücken, dann werden die einfach auseinander gedrückt und dann überall in die Ecken reingesprüht. So, die Farbe die färbt also extrem und haftet sehr gut auf Leder, also Metall-Ecken, die sind alle abgeklebt. Dann haben wir spezielle geplottete Folie, wird dann erst von der einen Seite geklebt und dann von der anderen und dann in der Mitte hier zusammengedrückt. Muss man immer wieder mal ein bisschen nacharbeiten, weil das kann sich manchmal so ein bisschen wieder lösen. So, jetzt hört man die Lüftung laufen, also Abluft. Und mit der Maske kann man halt ein bisschen schlecht sprechen. Oder? Versteht man mich noch? Mit der Pistole kommt man ganz gut unten rein. Das sieht man jetzt nicht. Ich kann ja mal ganz ein bisschen rüber lenken. Da unten in diese spitzen Falze da, dass man da ganz gut reinkommt. Mit der Breitstrahler würde man dann hier alles versauen. Das muss ja nicht sein, weil hier braucht eigentlich nichts mehr drauf. Jetzt wird erst einmal die eine Seite gemacht, von der einen Seite. Und dann nachher dreht man das ganze Ding einfach. Das ist auf dem Drehteller. Und dann wird die andere Seite gespritzt. Das ist jetzt provisorisch zusammengebaut. Für die weitere Bemalung. Da ist jetzt ein Basislack drauf. Also das war vorher blaues Zinn. Da ist jetzt auch nicht alles weg. Dann einhackern, dann kommt mediciner, bis dann auch weiter, was er reinkommt. Ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020